Habe ich tatsächlich, jetzt haben wir 14 Tage ungefähr wieder in der Vorbereitung, habe den ganzen Sommerurlaub verbracht mit Familie, also meine Frau, unseren beiden Söhnen, deren Familien und war total stolz auf beide Jungs. Und habe das, wenn ich das Gefühl tatsächlich nicht oft habe, ist mir so extrem aufgefallen, was für tolle Kerle das einfach geworden sind. Einfach so selbstständig, kann sich unterhalten über alles, haben nicht über alles die gleiche Meinung und trotzdem sind sie vernünftig, haben gesunden Menschen verstanden. Da dachte ich so, alles habe ich gut hingekriegt. Also wir sind ja Patchwork logischerweise, die beiden sind jetzt auch nicht, also nicht Blutsverwand sozusagen, aber sie empfinden sich als Brüder und gerade da haben sie sich so toll entwickelt, finde ich. Und das, das, da habe ich gemerkt, darauf bin ich echt, da war ich echt stolz.